Im Steakhouse El Toro in Steinach am Brenner kommen Feinschmecker voll auf ihre Kosten. Aus dem ehemaligen Geheimtipp nahe Innsbruck ist inzwischen ein beliebter kulinarischer Treffpunkt für Einheimische und Urlauber geworden. Hier bekommen Gäste einiges geboten. Das El Toro ist nämlich nicht nur ein angesagtes Steakhouse, sondern auch Pizzeria und Loungebar in einem. Das umfangreiche Angebot reicht von saftigen Rinderfilets über mediterrane Pizzen und Pasta-Gerichte bis hin zu herzhaften Burgern und knackigen Salaten. Das Beste daran, abends hält das Lokal auch einen Lieferservice bereit. Außerdem erwarten Sie eine große Auswahl exzellenter Weine sowie jede Menge köstliche Cocktails, Longdrinks und Rumsorten. Lassen Sie sich vom sympathischen Team rund um Denis Petilla und Matej Sana verwöhnen. Gute Stimmung ist hier dank Showbarkeeper und anregender Musik garantiert. Steakhouse El Toro – beste Qualität zu fairen Preisen.